Als nächster Redner seifert Ulla. Ja, bitteschön. Wenn Sie nicht schlafen, Liebe ist Kraft! Sie agree mit mir? Liebe ist Kraft! Dann liebe ich Sie alle! Ich kann nicht Deutsch sprechen, sondern ich will in Englisch sprechen. Ich habe viele Fragen mit dem Thema. Ich habe viele Fische geschrieben. Ich bin ein Arzt. Ich war ein Professor von der Universität. Ich war als Advisorer von den USA. Und für die letzten 23 Jahre, ich bin hier in Exile. Ich habe geschrieben, in der Name von Exile. Ich habe es geschrieben. 23 Jahre habe ich mich verloren, und ich bin 23 Jahre alt. Das neue Millenium hat angefangen, aber es gab keine Worte, oder die Hoffnung von Freiheit. Ich bin in Exile für ein Zeitpunkt. Es hat keinen Ende, und es gab keine Worte, in unsere Socio-Economie, Socio-Politik, und Socio-Cultural structures. Es ist das gleiche, wie es war, und sogar Worte. wie es war, wie es war, wie es war. in a foreign land for no reason of my absconding from my motherland without making any fault. Is it my crime I have been writing the truth? Is it my crime I have been speaking the truth? Is it my crime I have been fighting for establishing the justice and human rights in the society what the cowards could never do? The braves the learned and the conscious people like my writings my programs and they love me too the ignorant fundamentalists want to kill me and my friends for whom they can't make business by the name of religions. I will never stop fighting against the evil until my death until we reach our destination the most desired freedom of life. I love the land of my birth my people the soil of my motherland I like to live in my country among my family friends and my people and relatives without fear with the security of my life prestige and property where I spend my childhood my youth leaving behind a lot of colourful memories which are always pain in my heart I will no more be on this wild art my childhood my youth leaving behind a lot of colourful memories when the ignorant people will realise their fault oh my beloved ignorant and most respectable people please please and please learn learn and learn know and save yourselves and the nation from the anger of ignorant fundamentalists find out the truth and the right way to bring peace and happiness on our beautiful earth thank you very much for listening again love is power love is peace and I love you all I hope you love everybody and love each other thank you very much thank you very much thank you very much we will have a donation there of course we don't decide to manage or Robin some Bis zum nächsten Mal.